Abschluss. Erste Peschmerga-Kämpfer beenden Ausbildung in Hammelburg. 32 kurdische Kämpfer haben ihre einwöchige Ausbildung in Deutschland beendet. Deren Ziel war der sichere Umgang mit der Panzerabwehrwaffe Milan. Zum Abschluss der Ausbildung in Hammelburg konnten die Soldaten ihr Können im scharfen Schuss unter Beweis stellen. Ich zähle runter. Drei, zwei, eins, Feuer! Die Milan kann Ziele in bis zu zwei Kilometer Entfernung zerstören. Im nordirakischen Erbil hat unterdessen die Einweisung in die gelieferten Handwaffen begonnen. Immer wieder üben die Soldaten das Bedienen und die Pflege der Gewehre sowie das Schießen. Nach der Einweisung sollen diese 20 Kurden als Multiplikatoren in weiteren Ausbildungseinrichtungen der Peschmerga ihr Wissen weitergeben. Untertitelung. BR 2017 Diche pasado, wie See other das menge tribes雨igen. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.